Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA. Das lacht ihr so, verunsichert mich. Der Titel der... GTA... Mit Frucht, Darlou, Julie, Gunran, Jules, Cain und Items. Hallo. Ah, wie geil das klingt. Hallo Julie. Der Name ist cool. Boah, der Moral-Sound ist der Schild. Darlou kann! Das war auch mal geplant. Das war D-Sync. Die ist tot. Entschuldigung Glocke. So fucking fast. Das war glaube ich mein... Gotta go fast. Das war D-Sync. Ja, war ein D-Sync, aber richtig krass. Ich bin in Mario Kart rausgekommen jetzt. Weil's eine Regenbundrolle war. God damn Truck ist das. Das ist eine Harley-Demon. Die lachen nur die ganze Zeit. Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Ohhhh... Tone ist alles erlaubt. Ohhhh... Anscheinend ja. Auch umbringen. Nils! Nichts sagen. Jetzt darfst du nicht, sonst noch nicht. Das macht der Tone. Nichts sagen. Oh, Mann. Das wird immer langsamer. Oh, Mann. 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 Wir sind doch ein Team. Ist so schwierig ohne Windschattenlaben. Wir sind schon dran da, das ist ein Haarne-Kappenspiel. Ach ja, ich wurde gegen die Wand geklascht. Ja, ich bin runtergefallen. Oh, Anne, hau drei Leute da auf. Nee, mich hat Fein rausgehauen. Du musst den Bizeps an, da ist wieder im Einsatz. Hallo Julie. Ey, Anne. Oh, ich hab damit nichts zu tun gehabt. Ich seh euch. Hallo. Mit einem Schlag drei Positionen gut gemacht. Nils? Nils? Nils hat Disconnect, oder? Nils? Nils? Ich wollte gerade ran und es verschwunden ist. Da ist die Auge gefunden. Ja, ich höre euch jetzt wieder. Ah nein, ich bin aus der Lobby. Oh nein. Was so gut dabei ist. Neuer Rechner lang durchgehalten. Hey, mute dich bitte. Was war das denn gerade? Ich hab irgendwie gerade das Gefühl, ich hab mich übergeben. Links oder rechts vorbei am Auto. Wieso? Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Drüber. Links oder rechts vorbei. Nein, drüber. Hör mal. Hör mal. Du, ich muss sagen. Das war mir schon knapp. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Du bist wieder vorne. Du kannst ihn damit wegheißen. Hör mal. Du kannst ihn davor aufschauen. Hör mal. Julieaaah! Ich find's aber nett, wie er seine Freundin anspricht. Ja, okay. Warte. Ich komm. Warte. Job. Hör mal kurz auf. Gott hatte deine lange Intimationszeit, Anna. Ich hab darum leider kussisch nicht verstanden. Anna, lass mich vorbei. Lass mich vorbei. was denn ich danke ja jetzt will ich nicht mehr hier im spiel und ja jetzt ist hier ernst und ich glaube wir schaffen es nicht mehr einem außer wir machen jetzt hier guten wittschatten action ja nimm den wittschatten der ist wieder am schlüsselkarsten kasten ist mein nachname hör mal auf jetzt das war das reichte das reichte für items das reichte das kann nur kaputze außerdem versteht ihn wo ist er eigentlich er hat in seinem channel mitten in berlin im tl ist der reichel mitten in berlin in düsseldorf ja ja ich weiß nicht ich bin zu langsam ich bin zu langsam ich bin ein bisschen ich bin in der hecke hängen geblieben ich bin in der hecke hängen geblieben jetzt bist du wieder drin ja ich bin zwar wieder drin aber ich glaube dass ich meine gesamtpunktzahl verloren ne aufgeschrieben was sagen ich bin in dieser ich habe mich nur so irgendetwas mit dem die ich bin da ich bin ich bin ich bin ich bin Herzlichen Glückwunsch. Danke, Frau Anne. Oh nein, Nils, du hast alle deine Punkte verloren. Oh nein. Jetzt kannst du gar kein Darmatiner mehr sein. Wie viel hast du denn, Nils? Ich habe siebenfünfzig. Ich glaube, er hat fünfzig. Nils, das ist jetzt aber am Ende zählt nur das, was das Spiel anzeigt. Jeder ist für eine Hardware-Z-Verantwortung. Nächste Woche. Nils wurde genervt. Eigentlich hat Dalu so einen Notausschalter in seinen PC eingebaut. Du hast Non-Contact und eine Runde. Erst mal Standard. Eine Runde war aber nicht lang. Ich glaube, die war echt lang. 3,86. Drei Minuten dauert eine Runde. Da steht eben extra noch kein Kontaktstandard-mäßig umschalten. Den schnelleren, den Rapid. Der Rapid. Ah, ist schon gut, dass ich den Shit hier mache, ne? Warst du mit der Liste? Ich habe nur den Rapid. Jetzt weiß ich, warum du dabei bist. Da bist du noch dabei. Stimmt auf die Frage, warum ich eigentlich auch dabei bin. Warst du der GT? Lieber, äh, wie, wann wäre das? Oliver Müller. Oliver Müller. Oliver. Der Ausgewohnheit. Ich hätte gerne, ich würde gerne das Verdeck abmachen. Kann man das? Aber, aber warum bin ich dann noch in TTT? Aber lieber Oliver, wenn du das machen möchtest, dann können wir gerne austauschen. Schreibst du doch eure Themen auch. Genau, in TTT schreibst du auch immer die Maps aus und wie viele Runden. Genau. Oh nein, ich hasse diese Map, oh Gott. Wir hatten, glaube ich, damit angefangen, aber nicht so ähnlich. Da, Luca. I'm the Liberator. Ui. Oh Gott. Nein. Nein, das bringt all den Grunde gerade. Nein, das bringt all den Grunde gerade. Was denn? Die Daten sind die TTT. Ja, hier geht's falsch. Hier ist falsch. Hier ist falsch. Hier ist falsch. Ja, man kann ja neu beginnen. Nee, ich weiß nicht, dass ich das verfehlt. Ah, da fehlen einem viel zu viele Worte. Abshain, guck die Folgen nach und schreibst dir auch. Da muss ich alle Folgen gucken. Ja, früher als ich den Link gehabt hatte, hätte ich echt dafür jetzt die Zeit gehabt. Da wäre es nicht mehr schade. Alter, da kam Stunt-Kamera. Oh, bei mir auch. Oh, man. Du hast auch noch Stunt gemacht. Krass. Hey, Kundi. Ja, ich versuch's. Was? Krasch mir Kundi dran. Der Kaka. Hey, wo ist mir nicht nach? Der Kaka. Das Kaka. Wow. Nicht darunter. Oh, Gott. Oh, Gott. Alles gut. Tschüss, Nils. Kuli, das nennt man, das ist dieser Kopf-Bump von Katzen. Geht noch? Hi. Nils, wir spielen hier nicht um Punkte. Das solltest du am besten wissen. Oh, nein, das ist ein Light-Blanc-Kindy. Es geht um Geld. Oh, Gott. Ich bin so letzter. Ich komm nicht mehr vor, wer. Ich bin so letzter. Ja, ich bin so was von letzter. Das kann man gar nicht mehr. Also, so was von Nils. Oh, Nils. Ja, ich bin dabei, den Ersten wieder zu überrunden. Das ist ja echt das Letzte. Rückwärts zu überrunden. Ja, genau. Du Unterrunden. Mach doch keinen Sinn mehr. Was? Mach doch keinen Sinn mehr. Oh, Nils. Aus deinem Mund. Macht Sinn. Du weißt, dass Sinn nicht gemacht wird. Oh, shit. Oh, fuck. Das hat ihn richtig aus der Bahn geworfen. Ich habe nicht zufrieden. Als der Stück das mal erklärt hat, in den Kommentaren, habe ich mir wirklich seitdem angewöhnt, das anders zu machen. Es ergibt Sinn. Was war denn? Ich habe, was war das? Er hat es wieder gesagt, es macht Sinn. Es macht Sinn. Aber im Deutschen sagt man, es ergibt Sinn. Ich hatte mich mal beschwert, weil ich das nicht verstanden hatte, wieso das irgendwie falsch wäre, aber dann hat das in den Kommentaren mal einer sehr gut erklärt. Und dann, seitdem ergibt das Sinn. Seit es wissenschaftlich erklärt wurde, ist Nils offen dafür. Jedes Mal, wenn du sagst, es macht Sinn, stört ein Grammatiklehrer. Oh ja, sag's doch. Macht Sinn, es macht Sinn, es macht Sinn. Es gibt keine Grammatiklehrer. Das sind Deutschlehrer. Grammatik ist nicht so wichtig. PELT! Flocke BUSCHERT. Was BUSCHERT? BUSCHERT? Flocke BUSCHERT, was? Flocke ist ein BUSSARD. BUSSARD, Junge. So ein Vogel. Ja! Da kommt mir ein Vogel entgegen. Oh, Entschuldigung, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Schlimmer als TOWDOW. Ist das Richtung Typen? Sind denn jetzt hier so zwei Runden okay? Oder hätte jetzt das Rennen schon... Nein, zwei Runden sind gut. Seht ihr Leute? Ich? Nein, aber er hat nach okay gefragt. Also müssen wir dann noch ändern. Ja, zwei Runden sind okay. Achso. What? Das macht Sinn. Triggered! Das war glaube ich die ernste Beleidigung, die wir jetzt in der ganzen Aufgabe hatten. Und die war ernst gemeint. Welche? Was denn? Hä? Der von Nils gerade. Hä, was hab ich nicht gehört? Ich hab's auch nicht gehört, ehrlich. Das sieht's aus wie dumme Menschen. Wiederholt das, dann macht der Krieg zu viel und das so nö. Erklärt mal in den Kommentaren, bitte. Vielleicht checkt's ja einer. Boah, jetzt muss ich wieder 300 Jahre warten, bis die Folge rauskommt, um das zu wissen, ey. Ohaah. Ist das nicht relativ aktuell? Doch, sind wir ja. Oder alle schreiben so, kann Nils das nicht verstehen. Nils hat's ja einfach schon da. Pöö. Der schachspielende Peyn hat's wahrscheinlich wieder nicht verstanden, ne? Heute kein Testkapper. Anne. Du hast ne Sex, Omega-Nut. Wir haben das sehr viel gelöst. Ich glaube, wir müssen uns mal mit deinen Eltern unterhalten. Pog-Chap. 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 Monk-Chap. 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 Leute, Mathe ist eines der schwersten Fächer in diesem Studium. Monk-Omega. Hahaha. 90% Durchfallkotemanker. Durchfalliii. 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 Nehm dir einen Stuhl, Körper. Take a seat. Just solve the problem. Vorher. Just solve the problem. Wir haben natürlich auf dich gewartet, Anne. Oh, dein Gefühl. Das kann gut möglich sein, aber das ist interessant, die Leute denken nicht, dass ich irgendwie so normal rede. Das tust du doch. Ich glaube, ich bin gerade in die feitschende Weide gefahren. Oh. Oh. Und bin gegen die heulende Hütte beschlöder geworden. Du hast ihn nicht kaputt gemacht. Oh. Das weiß ich nicht. Wer ist hinter mir? Ihr werdet es erfahren. Oh. Es gibt Punktabzug. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ist mir doch egal. Wenn jetzt der Countdown angeht, Julie, dann kriegen wir es nicht mehr hin, ne? Jetzt hat er mich noch auf den letzten Meter mit einem Geschenk überholt. Oh, Julie. Da nicht hin. Genau. Einmal ums Gebäude zu rum. Ja. Der Countdown ist angegangen, Julie. Der Countdown ist da. Ja. Pass. Nein. Ich höre sie. Ich höre sie ganz weit weg. Die Wache hängt von dir überall. Du warst neben der Strecke. Nein. Versuch die Rückwärts ein. Das funktioniert niemals. Nein, 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 nein. So close. Ja, also kann mir ja keiner beweisen, dass ich es nicht geschafft habe, ne? Ja. Außer das Scoreboard am Ende. Ich wollte gerade sagen, also. Ja, Entschuldigung, der ist von dem Spiel. Items. Ja. Der sieht gut aus. Das ist ein schöner Tag. Kunder macht diese Farbkombo von Türkis und Rot noch zu einer Sache. Übrigens seitdem, seit du kastriert, das ist nicht mehr das gleiche. War das hier Opening für die Upmod? Das war Opening für die Upmod. Denk dran. Kasch mir Kunden dran vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Leute, Blocke aktiviert. Tschüss. 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 Tschüss Gracias.